Hey Friends, ich hab gedacht, ich schmink mich heute. Ich hab sowieso ein Kajal bei mir rumfliegen und dachte, why not? Also ich bin jetzt wahrscheinlich nicht der professionalste Auftrager der Welt, das werden wir jetzt auch gleich sehen. Aber ich bin ja sowieso so emo-punkig unterwegs, deswegen ist das nicht so schlimm. Also ich muss zugeben, manchmal zwiebelt das ganz schön am Auge, aber ja, wer schön sein will, muss leiden, oder? Das andere Auge war dann etwas schwieriger. Ich hab da dann so einen richtig dicken, fetten Flatschen angemalt und hab das dann verschmiert und das sah dann echt beschissen aus. Habt ihr irgendwelche Tipps? Hab's dann irgendwann noch hinbekommen, aber fand mein linkes Auge dezent hässlich. Also hab ich ein bisschen geschmiert und geschmiert und dann sah's gut aus. Also ich find's mega fresh, wie findet ihr's? Und was sollte ich als nächstes ausprobieren?